Am 15. Oktober 2011 ist es endlich soweit. Die nächste große TV-Aufzeichnung des deutschen Musikfernsehens findet statt. Und ihr könnt live im Tanzlokal Korallenriff Höhenöllingen dabei sein. Der Schlagermix. Die Schlagerparty der Extraklasse. Mit dabei Anthony Christian, Andreas Boga und Christine Stark. Und die Erde wird sich weiter weg. Ich fühl mich stark wie nie vor. Live on Stage. Ulis Gang, Marlina und Gastgeber Bert Silva. Im Tanzcafé der Herzen. Tickets gibt's im Vorverkauf für 10 Euro unter sr-starline-at-gmx.de oder an der Abendkasse. Ein Bodyguard, ein Held von Welt, gibt anderen niemals eine Chance. Der Schlagermix. Am 15. Oktober 2011 im Tanzlokal Korallenriff. Mit Sabrina, Andreas Oskar, den Stargästen die Schneehühner, Achim Köln und Chris Alexandros. Bitte schreit mich nicht an, lasst uns zwei darüber reden. Der Schlagermix. Am 15. Oktober 2011 im Tanzlokal Korallenriff Höhenöllingen. Da muss man einfach dabei sein. Du kannst sich überhaupt nicht atmana nach. Pascal Hammannriff Höhenö unfinished. Vielen Dank.